Wahlberechtigt für die Mitgliederbefragung der SPÖ 2023 sind gewesen 147.993 Personen. 107.133 Stimmen wurden abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,39 Prozent. Davon ungültige Stimmen konnten 181 festgestellt werden. Gültige Stimmen somit 106.952. Auf die Option 4, keiner der Kandidatinnen, entfallen mit 3,46 Prozent 3.702 Stimmen. Auf die Option Genosse Andreas Pabla entfallen mit 33.703 Stimmen 31,51 Prozent. Auf die Option Genosse Hans-Peter Doskozil entfallen 36.019 Stimmen. Das entspricht 33,68 Prozent. Auf Genossin Pamela Rendi-Wagner entfallen 33.528 Stimmen. Das entspricht somit 31,35 Prozent. Die Wahlkommission hat somit nach bestem Wissen und Gewissen sowohl den Prozess geprüft, als auch das Ergebnis einstimmig und mit persönlicher Unterschrift bestätigt. Dieses wird zur weiteren Behandlung an den Bundesparteivorstand weitergeleitet. Dieser Tag morgen Mittag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen guten Abend. Vielen Dank.